Hallo und willkommen zu diesem Mini-Add-On-Video. Heute wollen wir euch das Add-On Group Finder Improvements vorstellen, welches das unserer Meinung nach nicht ganz ausgereifte Suche nach Gruppentool deutlich verbessert. Schauen wir uns aber im ersten Schritt das Tool nochmal ohne aktivierten Add-On an. Hier könnt ihr im ersten Reiter Eintrag erstellen, eure jeweilige Rolle wählen oder euch individuell für einen Dungeon anmelden. Auf dem zweiten Reiter Gruppensuche könnt ihr, wie der Name schon sagt, nach bestehenden Gruppen suchen. Im Hintergrund werden wie in diesem Beispiel alle bestehenden Gruppen und Spiele angezeigt, welche sich für heroische Dungeons eingetragen haben. Mit Nachricht senden kann ich nun den Gruppenleiter anschreiben und mit Beitrittsanfrage den Gruppenbeitritt anfragen. Um die Liste zu aktualisieren, muss ich händisch auf den Knopf Erneut suchen klicken. Schauen wir uns jetzt das ganze mit aktivierten Group Finder Improvements Error an. Im ersten Reiter Eintrag erstellen ist es mir nun nicht mehr möglich, die falsche Rolle auszuwählen. Wie ihr seht, kann ich mit meinem Heilungspriester keine Tankrolle mehr auswählen. Die vorausgewählte Rolle wird allgemein von dem im Talentbaum gewählten Symbol beeinflusst. Öffnet demnach unbedingt euren Talentbaum und wählt oben rechts im Eck das richtige Symbol für die jeweilige Skillung. Im Reiter Gruppensuche gibt es nun ein weiteres Fenster. Ganz oben bei Auto-Refresh-Intervall könnt ihr einstellen, nach wie viel Sekunden das Tool die Liste aktualisieren soll. Standardgemäß sind hier 5 Sekunden eingetragen. Ohne Add-on müsst ihr wie gesagt das selbstständig via Knopfdruck machen. Kommen wir zum spannenden Teil. Der Group Composition Filter. Solltet ihr zum Beispiel keine Gruppe selbst erstellen wollen, sondern nur nach Gruppen suchen wollen, welche mindestens 2 Spieler haben, dann gebt ihr bei Members ganz einfach bei Minimumwert 2 ein. Mit diesem Klick fallen direkt alle einzelnen Spieler raus. Wenn ihr nun, wie wir in unserem Beispiel, mit einem heilenden Priester spielt, dann könntet ihr ebenfalls noch angeben, dass ein Tank vorhanden sein muss. Dazu gebt ihr bei Tanks einfach eine 1 ein. Schon werden nur noch Gruppen angezeigt, welche mindestens 2 Spieler und einen Tank haben. Die selbe Filterung könnt ihr jetzt natürlich noch auf Heiler oder DPS ändern. Als kleines anderes Beispiel solltet ihr selbst eine Gruppe aufmachen und nach einzelnen Mitspielern suchen, dann könnt ihr bei Members einfach bei Max den Wert 1 eintragen. Schon werden euch nur noch Spiele angezeigt, welche sich in keiner Gruppe befinden. Ihr habt zudem noch die Option, Spiele auf eine Blacklist zu setzen. Dadurch werden euch diese nicht mehr im Suchen nach Gruppentool angezeigt und automatisch rausgefiltert. Ihr könnt außerdem noch eine Slash-Who-Abfrage machen. Dadurch wird euch ganz schnell im Chat die Gilde des Spielers sowie das Gebiet, in welchem er sich gerade auffällt, angezeigt. Wenn euch das kleine Update-Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in Wrath of the Lich King und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.